Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Theos of Symphonia, down of the new world, special bonus, wie auch immer, 4-3, uptidoo. Okay, wir können hier weiter machen, wir müssen endlich mal diese scheiß Bläder mal wieder mal besingen. Wow, wow, warte mal, ist Malta tot? Hab ich irgendwie das verpasst? Malta, ich übertreib's nicht. Wow, 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 Monster? Okay, schauen wir mal. Vielleicht bekomme ich ja eine dieser Fledermäuse. Wäre auch nicht schlimm. Okay, das war's. Halleluja. Wow. Eifernhaut, Eifernschuppe, Fledermost, Fledermostflügel. Level 47, 77, 30 und 31. Du hast das verdient, Level 31 zu sein, oder sowas von. Okay. Okay, okay, okay. Äh, wunderschön. Nooing. Okay, verpiss dich. Ich mag dich nicht. Ähm, ja. Ja, das war eine dieser Random Battles wieder mal, die ich nicht annehmen hätte sollen. Äh, das war brutal. Arschbrutal sogar. Ach komm, wozu hab ich die ganzen Items? Jetzt geh ich nur noch durch. Weil sonst, äh, altmodisch. Okay, das schauen wir uns an. Es ist etwas, das ich mich anbekommen habe. Warum hast du konsistendlich battlen, mit den gleichen Monster-Kampagnen? Ja, halt die Fresse. Okay, das ist nicht... Ja, woher kommst du? Was zum... What the fuck? Den Gang da unten hab ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil ich immer diesen selben Weg gegangen bin. Äh, cool. Äh, ich kann mich wirklich nicht daran... Äh, Spinner. Ähm, scheiße. Ein Glück gehabt. Ich hab ehrlich keine Ahnung, was jetzt vor sich geht. Ähm, Spinner. Okay, wieso nicht? Wow. Okay, flüchten. Flüchten. Wenn ich so etwas höre wie This one looks tough und ich bin nicht vorbereitet auf so etwas, weg hier. Aber ich möchte trotzdem überprüfen, was hier unten ist. Äh, ich möchte es doch nicht überprüfen. Der Weg ist mir zu groß und zu lang. Ähm, ich hab Angst. Ah. Ähm, ich geh lieber den üblichen Weg, den ich sonst immer gegangen bin. Äh, äh. Äh. Die, du. Schauber nach. Ja, okay. Ist nicht schlecht. Wow. Monsterpilz. Okay, das ist akzeptabel. Wow. Okay, das ist ein schönes Gemetzel. Das gefällt mir. Richtig cool. Okay, der Nächste. Ähm, ich werde in der nächsten Zeit dann meine Monster wechseln und zwar Daichi wird rauskommen. Und mein Drache wird reinkommen. Denn er hat's wirklich verdient, dann noch ins Team zu kommen. Okay, und du sollst jetzt endlich mal weg sein da. Schuh, schuh, weg mit dir. Monsterpilz. Und du lass einmal Marker schön in Ruhe. Okay, und jetzt bist du auch weg. Danke. Das sind wirklich heftige Kämpfe. Wow. 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 12.000 Erfahrungspunkte. Ah, Arte heilen. Ja, das habe ich mittlerweile, er hat sich schon lange beigebracht. Warte, du bist langsam. Und Level 35. Wow. Schleimöl und rote Flüssigkeit. Wow. Ich kämpfe hier in vollkommen neuen Dimensionen hier. Okay, hier möchte ich aber vorbereitet sein. Ja, vorbereitet. Äh, ja. Heilen war, glaube ich, mein Artes. Heilen war, glaube ich, der bisher stärkste Heilsauber. Mal abgesehen von Pflegen. Pflegen war 20, das ist 48. Also, ihr seht den großen Unterschied. Ich werde aber die beiden drinnen lassen. Das heißt, wenn ich, äh, so einen kleinen Heil braucht, kann ich gerne mal den Heilskill einsetzen, den ich auch oben eingeschaltet habe. Au, das war mies. Das klingt alles sehr schmerzhaft. Okay, jetzt sieht auch Schmerzhaft aus. Au. Ich schätze, ich werde dann noch ein Video machen. Oh, ich glaube, das war's dann auch wieder. Oh, du bist mir wichtiger. Ich stehe mir nicht vor mir. So, und du bist jetzt aufweg. Oh, ich mach mal. Wow. Pass auf, was du machst. Wow, du bist tot. Und du bist auch tot. Und wieder ein Level Up. Oh, mein Gott. Top Stoß. Wow. Schmerzen. Und nur noch einer über. Wie viele Items habe ich noch? Sechs. Arrk. Arrk, arrk. Okay, da werde ich trotzdem lieber einen Kampf werde ich maximal noch machen und dann direkt zum... Wow. Schnell raus und wieder rein. Das, was ich da gesehen habe, war nicht so, wie es sein sollte. Und zwar zwei Monster hintereinander. Okay, das ist so. Dann muss ich hier irgendwie so zickzack durch... Wow. Tür eröffnen und weitergehen. So, und dieses starke Monster, was wahrscheinlich... Oh, du bist... Du bist das starke Monster. Diese Fledermaus. Bist du mich verarschen spielen? Okay. Du wirst mich verarschen. Oh, okay. Äh, verständlich. Okay, das ist sehr brutal. Oh, mein Gott. Oh, Pistoy. Wow, was der Leaf ist so good. Die! das war zu erwarten ich hoffe das geht sich hier noch aus wie vor ich das video wieder mal abtarten ich bin nämlich gerade schon über 10 minuten ich sehe es gut als deutsches danke für das teilen ok du störst mich das wird sich nicht mehr ausgehen diese monstern fast alle noch volles leben ok leute ich muss hier mal wieder hoffen es tut mir leid aber bevor ich das abkasse ja ok das war unnötig mal da ok danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal ciao leute bis gleich